Das war ne heiße März in Zeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es blüht und schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schlöder, scharfer Winterbind durchfristet uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem. Die nimmt man, sagt uns, wieder auf Sandkraut und Lot und alledem. Ja, Mahlzeit, Freunde, soll etwas neblich. Ich probiere gerade den Aromamizer auf der Gen aus und das entwickelt sich langsam zu einer richtig schönen Kombi für mich. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll endlich darum gehen, die Samples von Steamcraft zu verlosen. Das hatte ich ja in der Review versprochen, dass ich diese verlose und das kommt hier mit. Und ich habe mich eigentlich jetzt mal dagegen entschieden, das Ganze mit Setteln zu machen, auch wenn diesmal nicht so viele mitgemacht haben, dass das jetzt wieder in Arbeit ausatmen würde, wie es früher gewesen ist mit dem Ausdrucken und Ausschneiden und sowas. Trotzdem dachte ich, ich mache das jetzt doch mal ein bisschen anders, ein bisschen moderner, zeitgemäßer mit einem Online-Tool. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und mich dann schließlich endlich für eins entschieden, was sich auch ein bisschen grafisch angenehm anschaut und habe mich für dieses hier entschieden. Link zu dem Grafiktool, also diesem Namepicker, habe ich jetzt einfach mal in die Infobox gepackt. Ich denke, das ist fair genug. Es stand zwar nicht drin, dass man das nicht für so etwas wie hier solche Gewinnspiele verwenden darf, aber wie gesagt, ich mache sie einfach als Namensnennung, so ungefähr, für den Ersteller dieses Online-Tools, also wie gesagt, da unten findet man es außerdem, wenn ich das jetzt für weitere Gewinnspiele verwenden möchte, wenn sich da doch mal irgendwie was ergibt, weiß ich, wo ich es finde. Gut, dann schmeißen wir das Ding mal an. Ich habe, wie ihr seht, alle Namen eingetragen und schauen mal, wer gewonnen hat. Ja, damit haben wir den ersten Gewinner, den Erektieren. Herzlichen Glückwunsch. Erik, ich weiß, du hattest schon mal was bei mir gewonnen und mir sicher hätte auch deine Adresse geschickt, nur schickst du mir nochmal via Mail über den altbekannten Weg. Aber wir haben ja auch noch ein zweites Paket zu verlosen, also auch einen zweiten Gewinner, also drehen wir das ab nochmal. Ja, und damit ist es Sepp Bobo geworden. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Auch du schickst mir bitte deine Adressdaten, damit ich dir diese Samples zuschicken kann. Ja, dem Rest danke ich für die Teilnahme. Sorry, ich habe nur zwei von diesem Paket. Deswegen wünsche ich euch einfach beim nächsten Mal mehr Glück. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Augen und würde mich freuen, wenn ich dann nochmal was davon höre, wie sehr sie euch gefallen haben. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an alle fürs Mitmachen und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohl der Mut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gaskerbind, doch weiter nichts trotz alledem.